Mein Name ist Jörn Herzig, ich bin dem Geschäft der Party im Restaurant Sterneck in Cuxhaven. Mein Name ist Thomas Fischer, Brasserie die Bank in Hamburg. Das war damals, als mein Vater mich zum ersten Schulpraktikum als Kochen motiviert hatte. Oh je, das fing als Kind schon an. Meine Eltern haben leidenschaftlich gerne gekocht, also Essen war bei uns immer ein Thema und von dem her wusste ich sehr früh, dass ich das machen möchte und zwar beruflich. Einmal im Hauptgang die regionale Richtung mit Pifferling und Spitzkohl und andererseits die internationale Richtung im Vorspeise, Jagdkostmuschel mit Chorizo und Fenchel. Das sind zum einen Lebensmittel, die ich unheimlich gerne mag, zum anderen denke ich, passt das gut in die Zeit und ja, das sind halt so die Ideen. Also einen speziellen Stil habe ich jetzt nicht. Ich würde einfach sagen, das ist das Streben nach Perfektion. Leicht und zeitgemäß. Am liebsten esse ich Spinat in allen Variationen als Püree oder einfach nur klassisch mit Spiegelei und Kartoffeln. Gänsestopfleber. Also erstmal verschiedene Kontakte, die man knüpfen kann und natürlich den Sieg. Kontakte? Wenn es uns gelingt, den Titel vielleicht? Bis zum nächsten Mal. Also erstmalcoll ga auf embarkieren! Tschüss. Vielen Dank.